Der ORF Wien Frühling Sportiv-Tipp. Innovative Formen des Körpertrainings mit ORF Wien. Aquazumba. Wasser als Trainingspartner. Das schont die Gelenke und macht keinen Muskelkater. Zumba. Das ist Aerobik- und Intervalltraining für Herz- und Kreislauf. Strafft den Körper, verbessert die Kondition. Salsa, Meringue, Kalypso, Flamenco. Wirkt auch gegen Stress. Der ORF Wien Frühling Sportiv-Tipp. Präsentiert von der Therme Wien.